guten tag und herzlich willkommen freunde zu einem neuen netzplayprojekt von unepic im korb natürlich der dashi ist ja logisch er hat es auf seinem kanal ja vor paar tagen beendet das spiel zum glück ich hatte vor paar jahren mal gespielt gehabt habe sie natürlich dann empfohlen und da spielen wir es im korb weil es im korb wahrscheinlich auch nicht schlecht ist ich habe das korb selber noch nie gespielt ja und wir sind hier so karten von unepic der typ hier ja ich meine die ganzen texte finde ich jetzt nicht ganz interessant die kämmer so ein bisschen schon ja schon so ein bisschen es gehabt ja es sind auf jeden fall sehr lustige stellen dabei die hier leider aufgrund deshalb weil wir es schon kennen verloren gehen ja kommen bestimmt noch welche machen wir ja das ist ja wie dann schon der dragon sagt er muss einfach vergleichen so ein dungeon der dragons partie ja es ergibt dann ein spieleleiter der quatsch die ab und zu hoch mach halt an ja ich habe ich habe so lange keine gespielt er erwartet er so viel von mir ist unfassbar ja junge junge kriegst du keine gnade ist nicht meine ach so die leertaste statt enter gott du gott ja nur was ein schwert ausrüsten hier hoch kommst du hoch ja und jetzt sind das nervbacken jetzt einfach kurz zu zweit zu spielen ehrlich gesagt aber was ganz anderes ja das an der weg allein zu spielen ich habe sie auch allein gespielt gehabt auch vor jahren noch nicht was ist jetzt kann ich nicht so sehr mit dem weißt du habe jedes mal nicht voll geflucht im video die ganzen wänder nicht angeschlagen hast ja hier einige dinge ich glaube dass bist du das oder nein das wirst du nicht ja oben links übrigens mein face der science ein ganz normales ihr dass übrigens der spielleiter blablabla blaue komische blaue feld was wir hatten wann war ich ein punkt gewesen genau erotten sind dialog felder und grün war es glaube ich ein paar hinweise also gott 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 Das Bittere ist halt, wir müssen die halt auch besiegen Ich geh auch gleich schon wieder drauf Du merkst schon, du bist nicht sonderlich gut im Überleben, Mann Hast du schon How to Survive gespielt? Nein Das klingt nach was, was ich nicht spielen wollen würde Doch, doch, das möchtest du spielen Mal gucken So, ah ja Ich weiß nicht, was das für ein Nerd sein soll, aber es ist zumindest keiner von uns Nö, wahrscheinlich ein dritter Spieler oder so dann Du hast übrigens gerade gesagt, meine, das heißt, du musst die Kiste aufmachen Was? Dein Charakter hat gerade meine gesagt Im Dialog Dies hat es dir nicht mal angehört Aua Ne, warum auch Weiß nicht War es wichtig hier vielleicht? Nö Nö Das komische ist auch, im Gegensatz zum Einzelspieler, die Dinger hier werden überhaupt gar nicht gestunnt, wenn sie angegriffen werden Laufen einfach unbeirrt weiter die Dinger Scheiße Okay, dann mach ich mal die Truhe auf So, Dashie holt sich da unten eine schöne Truhe mit ganz vielen Items und so Bam, bam, bam Ich kann ihn leider nicht looten, das ist schade Ja, der Spielleiter ist ein ziemliches Arschloch Ja Und hat irgendwas gegen uns Hat irgendwas gegen uns und möchte uns natürlich vernichten, ohne dass wir wirklich Spaß an dem Spiel haben Gut, nach dem, was mein Charakter für eine große Fresse hat, kann ich da durchaus nachvollziehen Ja, einfach an mir vor allem an dem, an dem Gegner vorbeigeht und die Packel einzümmen wollte Wieso machst du eigentlich schon wieder mehr Schaden als ich? Wie viel Schaden an deine Waffen? 41 und 40 42 und 48 Ernsthaft? Ja Ist ja wohl ein Witz Ganz gut, achso, ich bin hier unten loll Achso, das ist, wenn wir vor allem DA und DA, ne, haben wir haben Echt merkwürdig, ey Und I am Ende Ja, okay Weiß nicht, ja, da hab ich mitgenommen Ich geh mal links lang Oh, rechts lang Viel Spaß Achso, ja, da unten Nein, nein, nein Achso, das ist ein Arsch Er hat sich den Sarkot und respawned halt an dem Geh weg, man, du Arsch Er hat sich jetzt den Sarkot und respawned halt an diesen Gut, dann mach ich hier mal rechts Oder in der Mitte Warte mal, irgendwas war doch hier gewesen, oder? Oh mein Gott Deswegen hast du dir die Scheiße genommen Fuss dich doch, ey Fuck Soll ich dir was zeigen? Ach komm, leck mich am Arsch, ey Ja, er hat natürlich jetzt den Halo respawnpunkt da unten bei dem Sarkofag und ich muss weglaufen Zurücklaufen Aber dafür macht er jetzt halt alles, weißt du? Na ja, was heißt alles Ja, Logo, mach mal hin hier Ja, ich bin doch schon, hab doch schon Ich warte nur auf dich Warte nur auf dich Das ist ein Arsch, ey So, jetzt geht's nämlich da unten lang Wer einfach dashi steht, alter Holy shit Sehr Ah, da bist du ja Ja Ah nee, was war'n da? Wollte schon sagen Nix Ein Zauberstab wieder mal, yeah Ich hab den Dolch Ah ja doch, jetzt weiß ich ja, was wieder war Hm, brust mal den Zauberstab aus Geht ihm auch vor, alter Nein, nimm deinen scheiß Zauberstab Er hat nur 8 Ladungen Was willst du damit machen? Das ist nicht viel Jetzt kommen mich ganz gleich ganz viele Monster Ich lass ihn mal ganz kurz erstmal selber kämpfen Dick mich Oh mein Gott Na super Das doof ist halt, er kann sich respawnen halt sehr nah Ja, du halt nicht Das war das Problem, als ich hatte, als wir's angespielt haben Komm mal her, Alter, und helf mir Ja, ich bin ja schon wieder da, fast Bist du gar nicht? Du hast zu lügen Ich komm doch hier schon Ich werde nämlich so wenig sterben wie möglich Ich mag das nicht so gern wie er Das Sterben Achso Weil ich drauf stehe, oder was? Ja So, werde schon mal geschafft Der Zauberstab ist echt nützlich gewesen in dem Sinne Ich weiß auch gar nicht, wie man sich die Ladung wieder auflässt Schade Keine Ahnung Ich keine Ahnung So, lass mal die Tür hier rein Spawnpunkt gehol Genau, wollte schon sagen Kann ich nämlich auch hier spawnen Gemeinsam spawnen wir zusammen Alle zusammen Tanzt das Brot Kennst du das noch? Natürlich Wie sollte ich sowas nicht kennen? Oh, ja, Minecraft-Bogen Fick dich Gib den Bogen her Nö, never Und letztes Mal hast du ihn bekommen, jetzt geh ich ihn Tauschen wir sind etwa die Rollen, weißt du? Achso Vielleicht mal den schönen Bogen anlegen Und dann aber den Bogen Boah, was ich da habe Ich kriege meinen eigenen Bogen noch Hast du Pfeile momentan für mich? Nein Das war fies von dir Nein, er hat die Pfeile mitgenommen Nein, gib mir die Pfeile Ich glaube, nur wenn es grün ist, ist es deine Warte mal ganz kurz Es gibt hier bei dieser Session Gibt es so eine Option Entweder Random oder Session Set Loot-Type Random for All Same for All Ich habe es mal Same for All gemacht Ich glaube, dann Droppt alles für jeden Und du kannst dann quasi einsammeln, was du brauchst Und ich kann einsammeln, was ich brauche Nehme ich an Ich glaube, das war so gewesen Ähm, ja Oh Gott, geil Zehn Schaden Was nimmst du Auch Den Streitkoll für die Gegner Doch Der Schaden Ich freue mich schon, wenn Magie und wann auch bald gibt Ja, ich hoffe, wir können uns echt nicht irgendwie gegenseitig abfackeln oder so Ja, du weißt, du kennst ja den Zauberner, der dich ja öfter selber gekillt hat Ja, den kenne ich Schön gegen die Wand Genau, der wird wahrscheinlich sowieso für uns beide gelten wieder Also, das wird dann nicht viel Unterschied machen, denke ich mal Was für ein drauf rum gehackt Geil, oder? Ach, komm schon Oh Eine Giste Aber ich fresse auch mal so'n Käse Mach du mal, wie ich es immer beim letzten Mal gemacht hatte Wie du es beim letzten Mal geachtet hast Warum sollte ich das tun? Döhm, döhm, döhm Ich bin mal solidarisch und zeige den Leuten auch, was da unten ist Ja Ja, das war's dann Schon ziemlich cool, ey Und ich glaube, weiter hat man, glaube ich, auch nicht gespielt Das war dann das Ende gewesen Da habe ich gesagt, ach komm, hör mal jetzt mal auf und machen das dann später als Let's Play Projekt Exakt Ähm Ich glaube doch, ich glaube, oben bis zum Weißen sind wir nur gegangen, oder? Ja, ich glaube, hochgelaufen sind wir noch Ich weiß es gar nicht mehr Warte mal, warte mal, warte mal, ich komme gleich Ja, und? Ich muss eh auf dich warten Ja, und? Ob wir auch wieder gegen Hanacon spielen müssen? Oder mit Hanacon? Ich weiß es nicht Oder ist es mal wirklich gegen Hanacon? Wer weiß Würde mal Zeit werden, dem Typen auf die Fresse zu hauen Auf jeden Fall, ey Obwohl er dich eh schon getötet hat Naja, komm, hier, Spektakel, halt's Maul Ja Genau Ich hab mir Aha Achso Ja, renn halt einfach rein Nee, war ich nicht gewesen Der ist weitergelaufen Ja, wie sollte ich denn bitte weiterlaufen? Das ist ja ein Dialog gewesen Ich hab mich gerade gewundert Ich hab mich gerade gefragt, warum läufst du denn bitte davor? Aber dabei war ich das gewesen Exakt Du kommst schön her Nein, das war schön, du Nö Ein geheimer Hebel, aha, okay Du bist ein Pöller, Alter Das hab ich gar nicht Ich dachte nur die Unterstenen Leck mich Dein Arsch, Alter Wie kann man an, wie sie damit hat, ne? Ja Bam In your face, bitch In your face, bitch In your face, bitch Einer Einer Nö War meiner, aber sowas von Oh Gott Im Leben nicht Muss er hin, oder? Fick dich Schieß den mal ab Achso, wir müssen ihn töten Ja, natürlich Ja Das ist kein Problem Ich habe es wieder getan Das ist nämlich die Frage gewesen Achso, ja klar Oh Gott Ich bin mal wieder links Da, wo du ihn getroffen hast Genau Das ist auch noch gewesen Das ist auch noch gewesen Doch, war schon Meiner Aber hier haben wir da aufgehört So, aber jetzt ist auch alles blind Genau Ah, fast Ja, die Schlangen haben wir noch gemacht Was haben wir alles gemacht, Alter? Was ist das? Ich habe keine Ahnung Ich glaube, ich habe den schwer eingesammelt, ne? Ja Bist du nicht allzu weit weg gestorben? Ach, halt die Fresse Es war zu weit weg Ey, da geht einfach der Boden auf, wa? Ist ja unfassbar Ja Aber ich gehe auch gleich drauf Naja, du hast noch ein bisschen Oben seht ihr übrigens Dashy Als rechts von meinem HP Seht ihr sein Sein Portrait mit seinen HP Ich glaube, das kann man sogar Lass mich das machen Warte mal, ey Ich habe sie mitgenommen Wow, du bist so ein Arsch, Alter Ich habe da eine zweite Schlange Bam, 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 bam Immer schön die Schlange pieksen Amnam, amnam, amnam Also wenn ich was beim Singleplayer gelernt habe Ist, dass du Schlangen Nur mit Sperren besiegen solltest Mit was? Mit Sperren Achso, oder mit Zauber Hat das der ganze das vergessen Ja gut, Zauber Hatte ich damals zu dem Zeitpunkt Ich freue mich schon Dass sie aufgetaucht sind Noch nicht Ich freue mich schon Auf die Zauber, ehrlich gesagt Also Ne, ich nicht so Eigentlich Ich habe an Anerepic vor Jahren Gespielt, wollte zum Beispiel bei dir gucken Weil halt wirklich viel neues Zeug Dazu gekommen ist in der Zeit Du hast aber nicht ganz genau Was alles neu dazu gekommen Ist, also einiges war schon neu Das Grundlegende Hier diese Anerepic herausfordern War, glaube ich, alles neu gewesen Na, davon habe ich keine Einzige Doch, eine habe ich, glaube ich Ja, die Punkte mache ich Diese Anerepic Points Ja Warum hast du das jetzt eigentlich mitgenommen? Arsch Was denn? Ja, die HP hast du gar nicht gebraucht Du warst doch full life Achso, sorry Ah ja, hier war man auch schon noch gewesen Alter, was haben wir alles gemacht noch? Oh Gott, oh Gott Ist der nicht Ist der nicht Oh, die Fuckleine Nice Komm, schnapp dir die jetzt mal Komm, schnapp dir die jetzt mal Hast du einen Arsch offen, ey? Ja Lass ich mir Komm nicht runter Oh Mann Hey, sind so echt ätzend, ne? Mega ätzend So, jetzt sind sie wenigstens weg So, die HP kannst du jetzt haben Vielen Dank Ist auch mein Zauber Machst du jetzt eigentlich Magie? Oder was hast du vor? Keine Ahnung Achso, hier geht's wieder rum Wenn wir dann sehen, was soweit ist Wir können auch beide auf welche Magie machen Und keiner spezialisiert sich auf die Magie Und der andere auf die oder so Ja, können wir ja mal gucken Aller, aller Legend of Grimrock User joined your channel Welcher Charakter was macht User left your channel War auch noch schon gewesen, ey What the Fuck? Ich glaube, ich muss mal Skype irgendwie mute Äh, Teamspeak irgendwie Oh Gott Ich bin wieder das Gleiche Aber diesmal bin ich nicht draufgegangen Oh, lol Geh mal runter da Ich will die Flange verbrennen Oh, nein Arme Schlange, ey Oh, die Arme Beim letzten Mal ist er draufgegangen Weil ich draufgelaufen bin auf das Ding Warte mal ganz kurz Deswegen Skype, glaube ich Oh, ist das ätzend Na egal Nehme ich halt jetzt einfach weiter auf Immerhin bin ich nicht gestorben Ja, ja Gerade gecheatet, Alter Keiner weiß es denn dann aufhören Müssen sie alle beiden die Videos gucken, Leute Tja, so ist das Und weh, du hast jetzt wieder Asikrone Parts, du Arsch, Alter Was kann ich denn dafür? Aber was ich auch nicht, wie du es geschafft hast Ich komme gleich Du kommst gleich Ich komme gleich Wir machen auch wieder so 20 Minuten Parts So wie du es bei dir gemacht hast etwa Oh Gott, da war schon wieder der Feuerball So Was ist denn eigentlich gewesen? Wow Wow, das war ja sowas von knapp gerade Ja, was? Lass mal die letzte Flamers auch noch killen Warte, warte, warte Ja, dann mach es mit dem Bogen So Falsche gewesen Hä? Ich hab die genau getroffen, Mann Dreckiger Delay, ey Oh, tot ist sie Ey, hier oben geht's auch noch lang, ne? Komm mal her, zurück Ja, da kommen wir doch her Eben nicht Das ist der Sarkophag-Teil gewesen Achso Aber Das machst mal schön du Ich hab Angst Schalter sind mir immer Unsympathisch Wieso muss ich das wieder machen? Ach, weiß nicht Ich weiß nicht, du bist so ein bisschen mein Prügel-Knabe, weißt du? Ich fühle mich Kann ich auch, Alter Geknechtet So, jetzt fang ich scheiß schwer aus Ein Ring Ein Ring, sie alle zu knechten Wie geht her, der Ring-Gespruch? Ich weiß es nicht genau Oder der Big Bang Theory-Spruch Mit dem Ring Egal Kennst du die Folge nicht? Doch Okay Ja, was? Schade Also ich dachte Können wir uns kurz mal hier oben anschlagen So offensichtlich So offensichtlich Übrigens sind hier gerade alle Die in den Ingame In der Channel sind Hörst du die? Ne, alle gemutet Bei mir auch Ja, dann Leute Vielen Dank für's Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge von Anepic wieder Und bis dann Haut rein Ciao Tschüssi